Hey, du möchtest wissen, was die Corsair K70 Core kann? Ich zeig's dir. Es handelt sich hier um eine kabelgebundene RGB-Tastatur, bei der sich jede einzelne Taste zuweisen und farblich anpassen lässt. Dazu gibt es einen internen Speicher, worauf man bis zu 5 Profile sichern kann. Gesteuert wird alles über die Corsair IQ Software, welche sehr übersichtlich und zuverlässig ist. Sie hat außerdem ein Multifunktionsrad für Lautstärke, Bildlauf oder Zoom mit einer Infoanzeige und einer belegbaren Taste daneben. Besonders ist die ausgesprochen hohe Verarbeitungsqualität und der Tastenklang. Dies erreicht die K70 Core mit einer Aluminium-Oberseite, zwei schallgedämpften Schaumstoffschichten und vorgeschmierten Corsair MLX Red-Schaltern. Vorgeschmierte oder im Englischen auch Looped-Schalter bzw. Switches sind mit Schmiermittel bearbeitet, um einen noch besseren Klang zu liefern. Sie ist aktuell in den Farben Schwarz und Stahlgrau erhältlich und kostet 99,99 Euro, was ein wirklich guter Deal ist. Bei weiteren Fragen wende dich gerne an uns, entweder direkt hier bei YouTube oder vor Ort im Markt.